Hallihallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Eurotraxenmonator 2. Willkommen zum neuen DLC Road to the Black Sea, was ja am 5. Dezember erscheint. Wir werden heute von Bulgarien Richtung Türkei fahren und das bedeutet, wir werden einen großen Grenzübergang bestreiten. Und zwar der hier. Der nennt sich glaube ich Grenzübergang Kapitan, doch irgendwas. Aber den werden wir auf jeden Fall mal abfahren und dann hier nach Ederina fahren. Jo, alles klar. Dann lassen wir uns mal die über 500 PS starten, machen das Licht an und dann würde ich sagen, los geht die Luzi. Erstmal Gang reinmachen, ne? Heute mal mit dem Mercedes. Muss ja auch mal sein. Ich weiß ja nicht, wo ich jetzt momentan bin, bei welcher Videoaufnahme. Aber das kriegen wir bestimmt alles dann irgendwie schon gebacken. Wir gucken uns ein paar Sachen an. Grenzübergänge natürlich verlassen wir jetzt in den Schenkenraum. Die EU möchte ja gerne in den Schenkenraum, aber momentan sieht es dann nicht danach aus, dass da irgendwas passiert. In absehbarer Zeit denke ich auch nicht, dass da was passieren wird. Aber, wie gesagt, Politik mein Metier. Ich will ja einfach nur ganz gemütlich LKW fahren und werden jetzt hier ein paar Frachten. Und zwar, was habe ich geladen? Hm, Rindfleisch. Ja, okay. Rindfleisch, das dürfen sie ja essen. Na, dann fahren wir schön gemütlich dort hinfahren. Juhu, grün ist es. Die exklusive Ausstattung hier im LKW mit dem Mercedes, dem Holzapplikationen. Mein Ding ist es nicht. Aber okay, das sieht so ein bisschen altbackend aus. Ich denke mal, das wird kaum noch irgendwie Wurzelholz verbaut. Na ja, wird es nicht mal schalten. Na ja, der hat schon ein bisschen zu tun hier. Wir werden bestimmt wieder wiegen müssen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Hoffentlich komme ich über die Grenze. So, warte mal. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Doch nur 50 fahren. Mal aufpassen. Bei Blitzer, hier ist doch ein Blitz, oder? Bus-Haltestelle. Ist nie, was die hier überall ist einbauen, ne? Ja, ich nehme das hier am 1. Dezember auf. Ich habe ja die Möglichkeit gehabt, dass ihr im Vorfeld auch ein bisschen Anzug auszuprobieren. Und schönes DDC der ein oder andere auf jeden Fall freuen, hier unterwegs zu sein, eure Geo und zu bestreiten. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wann die Mod-Community die Hand ans Werk nehmen, oder die Werk ans Hand nehmen. Ah, ja, ihr wisst schon mal die Beine. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit näher ins Garnia fahren. Ich nehme jetzt einfach mal Mercedes. Wenn dann wieder ein bisschen mehr Luft ist, die ersten Mods dann kommen, dann werden wir definitiv auch mal wieder so ein Wunsch-Lkw, den wir dann noch machen. Oder in einer Woche nur noch ein mit dieser Lkw dann kommt, den ihr euch hier gewünscht habt. Und dann kriege ich auch langsam. Die Grenzübergänge, die haben wir ja das erste Mal so richtig im Russland erleben können. Die Grenzübergänge, ist das ein neues Auto hier? Der Bus? Wir sind immer noch in der City hier, also wirklich, das dauert hier schon eine Weile, um hier durchzukommen. Klar, durch die Ampeln hält das auch alles noch ein bisschen auf, aber wir brauchen hier definitiv mal ein bisschen mehr Zeit, ne? Oh, oder fahrer. Wir haben hier eine Zeit mit unserem Lkw, um das mal ein bisschen Schubrakete geben. Also wie gesagt, ich nehme hier keine Mods. Alles erst mal ohne Mods und ab dem fünften werde ich dann wieder anfangen mit Modifikationen, aber bin ich ja, wie gesagt, auch nicht zu Hause. Also da ist Jahresabschlussfeier, Weihnachtsfeier so ein Team und so ein Team. Ach, hier sieht es schon nicht ganz so wohnlich aus, ne? Wir sind immer noch nicht draußen. Wir haben ganz ehrlich, das wird heute eine ziemlich lange Folge. Augen zu und durch. Verdammt! Oh, Komm, komm, komm. Weil da vorne dürfte jetzt irgendwann mal eine Autobahn oder sowas in der Art kommen. Oder da die jetzt nicht ganz so sind. Das sieht ja schön aus, ja. ganz in Häusern. Ach, hier wieder rum. Also da kriegt man schon das Gefühl, man ist hier wirklich einen halben Tag unterwegs, ne? Die Ampel sehe ich. Na ja, dann sollten wir aber zügig vorankommen. So, los. die Ampel wieder auf rot. Ist hier ein Tennisplatz? Ja, mit dem Tennis. meine kleine Tochter bin ich irgendwann und so anfangen Pendel spielen oder Pony reiten und schrut. na ja, wenn das will, wenn das will, kriegt es das. Nicht? So, aber man merkt schon, der LKW hat ja ein bisschen zu tun. Ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen ich hier drin habe. 22 Tonnen habe ich. das wird da eigentlich wird er doch eigentlich ohne Probleme hinkriegen. Was ist mit dem jetzt rumfahren? Jetzt einfach so langsam. Gut, wir fahren 50. so, endlich haben wir es geschafft. Wir haben die Stadt hinter uns gelassen. Und ihr könnt ja mal über diesen Grenzübergang, ich werde ihn wahrscheinlich einfach nur Grenzübergang äh, Kapitan oder so. Kapitan Ah, was weiß ich, heißt der? Ah, Kapitan, das heißt bestimmt Kapitän Aber was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, was in das ein großer, also das Denkmal wird schon ein richtig großer Grenzübergang sein. Und sehr häufig benutzter Grenzübergang. Aber jetzt müssen wir erstmal verlassen wir den Schenkenraum, ne? Bulgarien, sind Bulgarien überhaupt im Schenkenraum drinne? Oh. Gut, wir haben PEN 90 fahren, dann machen wir das mal. Wir haben jetzt wirklich fast zehn Minuten gebraucht, um überhaupt aus der Stadt hier so richtig rauszukommen. Ah ja, das ist schon ein bisschen was anderes, ne? Müde ist er auch wieder. Hunger hat er, müde ist er. Ei, 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 ei. Aber jetzt mal ein bisschen agieren. Ja, ja, wir werden das irgendwann hier schon schaffen, hier alles abzufahren. Also ein Großteil werden wir hier auf jeden Fall abfahren haben. Wenn hier noch ein bisschen mehr Verkehr auf der Strecke ist, dann rückt das auch noch alles ein bisschen anders. Wer lebt da, ne? Ah ja, die Polizei. Leute, die Lackierung geht ja auch in Ordnung. Passt schon. Ja, Arsch einziehen. Oh, jetzt fahren wir hier erstmal runter Richtung Istanbul. Man sieht hier schön, dass wir hier noch nicht einmal lang gefahren sind. Das ist so eine kleine Motivation, muss ich ehrlich sagen, gewisse Wege selber nochmal abzufahren, die man noch nicht gestritten hat. Und das fehlt zum Beispiel auch bei On the Road. Das wäre auf jeden Fall auch noch so eine Sache, wo man sagt, naja, man ist hier lang gefahren oder gibt es das auch beim Fernbus- Simulator? Ich weiß es gar nicht. Da werde ich immer die gleichen Strecken sehen. Irgendwann wisst ihr auch nicht mehr, bist du hier schon mal lang gefahren oder bist hier noch nicht lang gefahren? Ich war auf jeden Fall stets bemüht hier mit der Lackierung selber mal ein bisschen Hand anzulegen. Ist jetzt nichts besonderes, ne? Boah, aber egal. Der Tank ist voll. Können... Oh, hier ist noch eine Raststätte, ne? Über 1000 Kilometer, ne? Aber ich muss mal ein bisschen gucken hier. Oh, muss aufpassen, wenn ich das hier auf gegen Kabel. Oh, ei, 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 Äh, also über 1000 Liter habe ich drin und über 3300 Kilometer kann ich fahren. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilometer ich überhaupt im November, nee, jetzt haben wir ja Dezember schon, ja, wir haben ja schon Dezember bei Trucksburg, ob ich meine Aufgaben erfüllt habe, weil wir alle, die Trucksburgs benutzen, ich, äh, fahre hier noch die 1.36 Meter und, ja, Trucksburg läuft auch mit dem neuen DLC und jetzt geht's ab auf den großen Ei, was bist du denn von Ei? da hat er mich jetzt komplett ausgebremst aber dank meiner super Reaktion ist das alles hier gut verlaufen und, alle hier rüber fahren Visione die Lkw-Fahrer hier rüber oder können wir ja nicht so schnell fahren Ei, ei, ei Ah, hier ist noch ein bisschen Stiebi, Stiebi Oh, der dritte von fünf Grenzübergängen habe ich jetzt Ah, jetzt sind wir erstmal hier durch Guten Morgen, Marie X-Ray Kontroll Blablabla Ah, okay Fahren jetzt weiter vorne hin Wir werden bestimmt irgendwo nochmal richtig kontrolliert Teilen sich auf Ich fahr mal hier geradeaus Ich will mal sehen Da vorne fahren Auf der Seite fahren die Autos Ich fahr mal Ach, hier ist ein Tor Siehst du, hier ist ein Tor hingestellt Gut, alles klar Außerdem ist hier eine Ampel Mann, ich bin doch ein Ei Ich wollte es wieder wissen ne Typisch Da habe ich ja wieder alles gegeben Da habe ich ja wieder alles gegeben Das läuft ja besser Das läuft ja besser als ich dachte Keine Beanstandung Alles super Hallo mein Freund Hallo mein Freund Oh ja, kannst du ich alles geding Fahre Alles klar Oh, jetzt sind wir auf dem türkischen Bereich Aha Aber ich will mal ein bisschen hier Ach, hier ist ein Quasi Ah ja Jungs Ihr seid ja im türkischen Hoheitsgebiet Oder Auf der anderen Seite wird ja gar nicht angeschrieben Wahrscheinlich Wenn ich ja von der anderen Seite Da drüben irgendwo lang fahre Dann steht dann bestimmt Bis da und da Die haben aber keine Beanstandung hier Finde ich Also Die winken mich hier einfach so ein bisschen durch Ach ja gut Schranker, ein Schranker Ja, ja, ja Das kann ja Multiplayer interessant werden So Hinter mir geschlossen war Bö Der kann oben einfach durch 38 Tonnen Ach, da werde ich gleich gebogen Hier ist ja der Skin LKW Der nochmal so separat kontrolliert wird Ach, hier Da wird dann geguckt Ob Radioaktivität Irgendwie vorhanden ist Oder was Ich weiß es nicht Waren einfach mal hier lang Ah, der Wachmann da hinten Er macht seine Mittagspause So Ah, läuft eigentlich ziemlich schnell Also das dauert schon Seine Zeit hier, ne Durchzukommen Da ist wirklich ein schieses Klopper hier Von Von Rennsübergang, ey Jetzt eigentlich durch Du musst ja eigentlich durch sein, ne Also hier sollte nichts mehr kommen Ich würde nicht schneller als 30 km fahren Ah, ja Da fehlen noch irgendwie Fahrgang Markierungen, ne Ach, hier ist nochmal Irgendwie so ein Halt Ah, und da hinten sehen wir ja schon Jetzt sehen wir, dass wir hier in der Türkei angekommen sind Ach, guck mal Das müssen wir jetzt erstmal Das ist hier dieser Dieser Ist ja so Ist ja schon ein ordentlich großer Grenzübergang, ne Wenn ich das mir alles angucke Hinten mit der Moschee Hintergrund Ah, ja So, gut Alles klar Fahren wir mal weiter Und dieses Brett hier Ohne weitere Probleme fahren wir jetzt hier lang Alles abgesichert Da Bock muss, wenn wir uns nachhaben Jetzt geht es ab Willkommen in der Türkei Gut die Ladung abgeben Und dann wieder zurück huschen Dann geht doch mal Vielleicht machen wir noch eine Fahrt nach Istanbul Müssen wir nochmal schauen Nein, nein, nein Vorsichtig, vorsichtig Aber ohne Respekt hier Wollt in mich rein Kann natürlich sein, dass noch einige Sachen so ein bisschen deaktiviert sind Gerade das mit den Pferdekutschen Aber muss ich selber erstmal schauen, wo da noch sowas ist Also die sollen ja nur Rumänien und Bulgarien sein Wir dürfen 90 fahren Die Meter haben wir noch 90 Fast ja Aber sehr aufgeräumt hier alles Direkt hier auf den Straßen Dauber gehalten Muss es sein Das nennt sich Ordnung Schleift aber Oh, da vorne ist Hubschrauberinsatz Ich seh's schon, ey Oh nein Hoffentlich kein großer Unfall Oder die jagen mich Weil ich ja so wichtig bin Ah, guck an Ach, hier drüben Ei, 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 ei Ja, hauptsache Unterbodenbeleuchtung an Das ist halt wichtig Wollte halt sehr cool sein Fällt natürlich auf Wird gleich festgenommen Richtig Ist nicht erlaubt Macht man nicht Ja, wir sind gleich da In der Stadt waren wir schon mal Ich hab da bestimmt auch schon Zu dieser Stadt ein bisschen was geschrieben Geilwohner, dies und das Wer ich's gefragt habe Oder ihr macht das von euch aus Interessiert mich mal wieder Jetzt kein riesen Roman Schreibt die Stadt Wurde 1800 Häuser gewöhnt Nee, das ist halt Man kann die schon sagen Ja, es gibt schon so und so viele Jahre Und 500 Jahre Oder was ist es Ich hab so und so viele Einwohner Und Als besonderes Merkmal Keine besondere Merkmal Oder hat eine große Stahlindustrie Oder hat Eine Freiheitsstatue Oder was weiß ich Keine Ahnung Was, ja Kann man durchaus machen Wer dann Lust dazu hat Ne Gebe ich bestimmt auch mal Ein Ja, was soll ich sagen Ein Herzchen Ich hab mir ja drauf geachtet Mensch, muss ja hier blinken 15 Kilometer noch Und dann haben wir auch Diese Folge wieder Erfolgreich erledigt Also Grenzübergänge Ein bisschen Zeit mitnehmen Ich glaube mal Bei More Traffic Mod Ein bisschen mehr Zeit Oh, jetzt ab Jetzt vielleicht da Na los Ab mir sind immer mit so reflektierenden Sachen noch bestückt Warte mal Ist hier irgendwie Ja Jetzt müssen wir uns mal lieber Richtig rein Kreisverkehr da vorne Aber Kreisverkehr Kann ich da auch vielleicht Na, na Kann ich da auch gerade ausfahren Was ist da aus Ah, das ist Das ist keine Langfahrer Einfach mal weg hier Hey Ich bin keine Punkte Ich dachte, ich kann jetzt hier oben mal langfahren Aber das ist Match Match Bestimmt Die Kreisverkehre sind ja hier ein bisschen anders Wir können ja fahren Die anderen müssen ja warten Die andere Kante So, wir müssen gleich Vielleicht hat die Polizei hier weggerammt Wir müssen ja hier gleich rein Ah, da hatten wir ja schon unsere Begegnung gehabt, ne Wir haben ja schon mal ein bisschen falsch gefahren Den ging das wohl nicht mit der Umänderung Freunde Maximus ist da Kann man überall schön essen gehen Ah, da gibt es doch dieses komische süße Gebäck So, wie so Blätterteige Ganz süß Wackler war oder so Oh, das Ich habe das mal im Braunschweig gegessen Seitdem habe ich das nie Ja, so schön Ich dachte, ich werde verrückt Das ist das ja so Mit Pistazien oder sowas War es noch Oder Ich weiß Ja War auf so einem großen Blech Da haben sie es immer so einen kleinen Ähm Die Ecken geschnitten Und das hat so lecker Er schmeckt Da habe ich mir das mal irgendwo Nochmal gekauft Aber das war Also Nicht auch von so einem Decker Sondern Aus so einer Packung Ja Und das war nicht so toll Es ist halt auch gut geschmeckt Aber Nicht das Was ich Von früher noch kannte Also On-Track stationiert war War in der Nähe von der Bruchstraße Ich habe da nichts weiter gemacht Ich bin nur durchgegangen War nur So Ich bin aber jetzt erstmal fertig Und Ich hoffe Euch hat das gefallen Mit dem Mercedes Hier am Grenzübergang Äh Ja Äh Kapitän Oder noch weiter Und ihr könnt ja noch ein bisschen was dazu schreiben Wenn ja dann schreibt Oder lasst ein Däumchen da Für alle die Gar keine Lust haben zum Schräumen Natürlich beim nächsten Mal wieder Ich sage haut rein Bye bye Okay Das war's Yeah Wu Vielen Dank.